Leute, ihr merkt schon, ich bin hier durchgehend am Grinsen, mir fallen fast keine Worte ein, außer vielen, vielen, vielen Dank für 1000 Abos hier auf meinem Kanal, Freunde, wir haben es geschafft, 1000 Abonnenten auf meinem Kanal, gut mittlerweile sind wir schon über 1000, ich wollte eigentlich ein ganz anderes Video drehen, ich wollte heftige Special Effects einbauen und was weiß ich, aber im Endeffekt habe ich mich doch dafür entschieden, ein ganz normales Video zu drehen, euch so vielen, vielen Dank nochmal zu sagen, zum Sample Pack kommen wir natürlich gleich, Leute, ich bin sowas von sprachlos und ich hätte nie gedacht, dass das jetzt alles so schnell geht, Mein Wunsch wäre es gewesen, Ende 2019 die 1000 Abos zu erreichen, jetzt haben wir sie schon erreicht, 3 Monate bevor dieses Jahr zu Ende ist, wie gesagt, ich kann euch nur 1000 Mal Danke sagen, ich habe euch ja was versprochen, dazu kommen wir aber gleich, krass, einfach nur krass, Leute, ohne Scheiß, ohne euch wäre so vieles nicht möglich gewesen, Ich hatte meine erste Kooperation schon mit einer Firma, ich habe vielen Leuten ein neues Hobby zeigen können, ich habe von euch so viel positives Feedback bekommen, ich bekomme von euch so viele Nachrichten, es tut mir auch leid, wenn ich nicht jede gleich beantworten kann, aber Leute, nochmal, vielen, vielen Dank für 1000 Abonnenten, ich kriege das Grinsen heute gar nicht mehr aus meinem Gesicht, jetzt kommen wir aber zum spannendsten Teil, Ich habe ja in einer meiner letzten Videos euch gefragt, welches Sample Pack würdet ihr euch wünschen, wenn ich die 1000 Abos erreiche, ich glaube 99% haben kommentiert, Will Sparks und Joel Fletcher, deswegen schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung, da findet ihr ein Sample Pack und dreimal könnt ihr raten, welches Sample Pack ihr da findet, richtig, Will Sparks und Joel Fletcher, Aber, Leute, aber, das ist noch nicht alles, weil es jetzt so unfassbar schnell ging und ich so unfassbar positives Feedback von euch bekommen habe, dachte ich mir, ich schenke euch einfach noch ein zweites Sample Pack, deswegen schaut jetzt unten in die Videobeschreibung, ladet euch dieses Sample Pack bzw. die zwei Sample Packs runter, macht Musik, verlinkt mich auf Instagram, ich weiß nicht wie lange dieses Video heute gehen wird, aber ich finde heute keine richtigen Worte, ich bin einfach nur sprachlos und glücklich und happy und, ach, keine Ahnung, bei mir geht gerade hier im Kopf alles durch und wenn ihr jetzt gedacht habt, das war alles, was ich euch zurückgebe, habt ihr falsch gedacht, Leute, an alle Instagram Follower von mir, schreibt mir jetzt eine private Nachricht und ihr bekommt noch ein drittes Sample Pack dazu, ich habe das selber zusammengestellt mit dem besten Synthesizer bzw. mit dem besten Vocals, Kicks, Basses, da ist so viel Zeug drin, schreibt mir das, ich schicke es euch zu, es kann sein, dass es ein, zwei Tage dauert, weil wenn jetzt auf einmal so viele Nachrichten kommen, ich kann leider nicht gleich alle beantworten, aber jeder, der mir geschrieben hat, kriegt noch ein drittes Sample Pack obendrauf und ich werde auch jetzt dieses 1000 Abo Special Video schon beenden, weil, wie gesagt, Leute, ich bin einfach so glücklich und so happy, man sieht es mir auch schon an und, äh, äh, einfach nur geil, ich beende das Video jetzt doch noch nicht, ich zeige euch jetzt noch, was in dem zweiten Sample Pack, also was ihr jetzt unten in der Videobeschreibung noch findet, was da enthalten ist, und zwar einmal bekommt ihr ja hier mein Joel Fletcher & Will Sparks Sample Pack zum kostenlosen Download und, beziehungsweise ich habe es euch, glaube ich, schon mal gezeigt, was da alles drin ist, können wir nochmal kurz durchgehen, ein Kick ist dabei, ein Bass, heftige Vocals, was haben wir noch, noch mal ein Bass, Synth Shots, Steve Aoki, Sachen sind mit drin, äh, noch eine Kick, also, wie gesagt, schaut durch, ladet euch das runter, und das zweite Sample Pack, was ich euch auch noch schenke, ist von Rehab, den müsstet ihr eigentlich kennen, der ist ja bei den großen Gigs dabei, Tomorrowland, äh, Ultra und so weiter, schauen wir auch noch kurz rein, Bass Drum, Master Kick, eine Fill-In inklusive Sweep-Up, also richtig, richtig geil, noch mehr FX-Effekte, was haben wir noch, eine Snare haben wir da, FX-Effekte, Impact, einen schönen Bass, noch mehr Impact, eine Crash, so eine heftig geile Vocal, gut, bei mir ist sie jetzt zweimal drin, keine Ahnung warum, ich hoffe, Leute, ihr freut euch über diese zwei Sample Packs, wie gesagt, für alle Instagram-Follower, die kriegen noch ein drittes, selbst zusammengestelltes Sample Pack nochmal extra oben drauf, deswegen, wenn du noch kein Follower bist, ich weiß, es ist ein bisschen Werbung, aber muss man ja auch mal machen, dann folgt mir gerne, schreibt mir eine Nachricht, ich werde es natürlich auch prüfen, ob du mir folgst, weil ich will auch meinen Followern auf Instagram ein bisschen was Gutes tun, und deswegen, schreibt mir, wie gesagt, gerne, ähm, verlinkt mich auf euren Stories, ich melde mich jetzt ab, ich werde jetzt noch, äh, mir sowas von Bier aufmachen, ähm, ne, Leute, ich, 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 ich gehe einfach, ich, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, es ist, es ist so geil, nein, Spaß, Leute, ich melde mich jetzt trotzdem ab, ich hoffe, wie gesagt, euch hat dieses, ähm, 1000-Abo-Special-Video gefallen, auch wenn ihr euch erhofft habt, dass es jetzt ultra krass wird, dass, äh, dass ich irgendwelche Special-Effekts reinballer, aber nein, so bin ich nicht, ihr wisst, wie ich drauf bin, deswegen dachte ich mir, ich halte dieses Video sehr schlicht, ähm, wie gesagt, schaut in der Videobeschreibung vorbei, gönnt euch diese zwei Sample-Packs, und, äh, ja, ich mach mir jetzt trotzdem Bier auf, Leute, es war ein harter Weg, bis zu den 1000 Abos, ich hab jetzt knapp vor einem halben Jahr richtig Gas gegeben mit YouTube, und, äh, ich hab selber erst nicht dran geglaubt, dass ich es jemals schaffen werde, und siehe da, ich hab's geschafft, deswegen, glaubt an eure Träume, kämpft dafür, ich mache jetzt weiter mit YouTube, ähm, ich hab mein Ziel schon, hinter die Ohren geschrieben, und ich melde mich jetzt ab, Leute, ich hoffe, ihr begleitet mich noch, auf diesem Weg, ähm, und supportet mich weiter so, wie ihr es in den letzten halben Jahr, oder einem Jahr gemacht habt, und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ähm, wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video, Leute, vielen, vielen Dank nochmal, haut rein, bis dann, und, danke. Ciao, g früch, bis dann, bis dann, bis dann, oder。 Erst,